So Leute, willkommen zu diesem weiteren Part der Legend of Zelda Link's Awakening. Und im letzten Part haben wir ja viel hier auch in Zoodorf machen müssen, ähm, bezüglich des ganzen Tauschzeugs. Hier, dieser Frau haben wir den Besen gegeben. Ähm, ich glaube, es war hier drin, ähm, es war diese Ziege, die uns auch einen Brief gegeben hat. Ähm, und zu der wollte ich nochmal zurück, um zu gucken, ob die noch irgendwas hat, weil wir sollten ja den Brief da hinbringen. Ähm, ob da jetzt noch irgendwas los ist. Was mein Brief beim lieben Dr. Wright abgeliefert, das bedeutet mir viel. Zum Dank gebe ich dir diese Muschel. Tatsächlich gibt's was. Bin übrigens auch nur darauf gekommen, dass es hier in Zoodorf noch so viel gibt, weil mir das ein Freund gesagt hat. Also, dass nach diesem Tauschzeug hier noch ein paar Sachen zu erledigen sind. Es macht auch Sinn, weil hier ist noch irgendwas. Mal gleich gucken, ob da noch man da irgendwas Besonderes machen kann, so. Und waren wir hier überhaupt jemals in diesem Haus? Beziehungsweise war da jemals auch schon, war da vorher schon irgendwas drin? Dieser Zora? Hey, du siehst mich etwa? Du musst eine Lupe haben. Ach, stimmt. Wir können jetzt ja mit dieser Lupe auch unsichtbare Sachen sehen. Also, zuvor unsichtbare und nicht sichtbare Dinge. Muss man nicht ganz verstehen. Und da drückt uns auch instant eine Zaubermuschel in die Hand. Mann kennt ihn. Finde ich witzig. Ersprochen, ist ersprochen, klar. Hey, du sollst zur Höhle am Turonga-Strand gehen. Die hilft dir dann, dort noch jemanden zu finden. Das ist nicht die Höhle, wo wir im letzten Part schon waren. Also, die hier. Die sieht man zwar hier nicht, aber das muss man sich aufsprengen. Dann erklärt mir mal bitte, wo wir dann nochmal hin sollen. Aber damit nicht genug hier in Zordorf, sollen noch viele andere Sachen sein. Ähm, aber wie kommen wir denn da jetzt überall hin nochmal? Ach so, wir können nicht hier rum, ne? Ja, hier ist noch was. Hier ging es ja zwar auch schon weiter in die Durstwüste, aber ich glaube, ich habe auch irgendwo mal einen Gang. Oder? Ah, nee. Oh, ich bin dumm. Ich dachte, man kommt da irgendwo hinten rum. Es ist ein bisschen anders. Es ist ein bisschen anders. Wir müssen zwar hier rum, aber nicht da hinten. Also, durch die Durstwüste und dann irgendwo zurück nach Zordorf. Wir müssen hier in Zordorf noch bleiben. Und hier rein. Hier gab es auch irgendwas. Aber ich weiß, dass es da nicht weitergeht. Das habe ich nämlich auch rausgeschnitten. Beziehungsweise hier konnten wir halt noch nichts Besonderes kriegen, glaube ich. Hier muss ich jetzt aufpassen. Aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Was? Hier sind so viele Wege. Warte. Wir können ja den Felsen da zersprengen. Aber den anderen nicht. Dann ist das Herzteil auch. Okay. Und da oben können wir, glaube ich, auch lang diesen Weg. Also hier, der ist da oben. Das können wir auch. Da können wir lang. Kann man diesen Felsen da zersprengen vielleicht? Und dann mit dem, ähm... Dem Ding hier. By the way, für die, die den letzten Part nicht geschaut haben, tut es erstmal. Und vor allem, weil da sehr viele Sachen wir gemacht haben, die wichtig für die Story sind. Wir haben hier auch ein Boomerang. Und, äh, ja. Das ist so dann der, äh, Abschluss der, ähm, Tausch-Quest, sag ich mal. Ich glaube, das ist der Abschluss. Wir können ihn jetzt wieder zurücktauschen, denn unsere Schaufel ist dafür draufgegangen. Wir haben mit dem, äh, komischen Hund, oder was das war, äh, getauscht. Äh, Schaufel gegen den Boomerang. Ähm, ja. Also, ähm, wobei, eigentlich ist das Teil hier schon sehr effektiv. Ich glaube, ich gegen den Gegner. Also, ähm, wollte ich nur nochmal kurz erwähnt haben. Wir können hier auf den Hinterhaken schon mal direkt wechseln. Den brauchen wir vermutlich dann gleich da. Leute, wir können ihn heben. Alles klar. So, oh mein Gott. Ob das? Ja. Okay. Und das jetzt klappt, ne? Bin einfach Genius. Kann ich mich irgendwie... Ach so, klar, Leute. Was mache ich da für komisches Zeug? Äh, ja, warte mal. So, ja, Mann, wir kommen rüber. Ein weiteres Herzteil. Nice. Was könnten wir noch machen? Ach, warte mal, wir sollten noch irgendwo, äh, zum Suronga-Strand nochmal aussehen, im Grund, ne? Warum denn? Stehe ich nicht ganz. Ich wäre eigentlich dafür eher so die Bereiche, wo wir bisher, mh, nicht so viel machen konnten. Das ist ja auch irgendwo hier in der Durstwüste. Durstwüste. Zum Beispiel der ganze Teil, da konnten wir den Boss ja hier nicht besiegen. Das habe ich ja auch gar nicht im Video bisher getrennt gehabt. Aber da kann man den Boss, da konnte man den Boss, Boss bis vor kurzem noch gar nicht besiegen. Ob das jetzt durch den Enterhaken oder irgendwas besser geworden ist, ist, man das jetzt kann. Kein Plan. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nie richtig. Dieses ganze Zeug. Mh, es ist so, halbwegs wichtig. Hier gibt es nämlich insgesamt, ich glaube, hier gab es eine Zaubermuschel. Und hier gab es noch irgendwas anderes und hier war ein Herzteil. Das habe ich noch nicht geschafft. Das habe ich nicht in ein Video reingenommen, weil ich dachte so, jau, das zeige ich nochmal irgendwann, wenn das relevant wird, wenn wir wirklich alle Zaubermuscheln brauchen und so. Falls hier noch eine ist, ich denke schon, man sieht hier auch einen Gang. Aber hier habe ich, glaube ich, eine Zaubermuschel schon gesammelt. Irgendwo hier war es auf jeden Fall. Und da gibt es halt noch ein Herzteil. Das machen wir dann irgendwann nochmal. Das Ding ist, man muss halt immer 100 Rubine bei dem Dude hier, der uns dieses Floß gibt dafür, abdrucken. Ja, nicht so toll. Und grundsätzlich, wo wir noch nie waren, ist ja der Teil hier. Das hier ist ja alles noch so anders. Da waren wir ja noch nie. Da ist der einzige Weg, wo man, glaube ich, rüberkommt. Aber ich sehe hier, da sind nur so kleine Löcher. Da sollte man irgendwie rüberkommen. Und hier ist auch so ein Baumstumpf und hier auch. Und sowas ähnliches mit so Baumstumpfen. gab es auch schon... Wo ist denn das? Hier. Da kann man sich auch mit dem Endsachen dann da rüberziehen. Deshalb, das könnten wir auch gleich nochmal probieren. Was habe ich denn gerade nochmal gesagt? Was soll ich jetzt als erstes machen wollen? Verdammt. Zum Turanga-Strand am besten mal. Ich würde das gerne mal wissen. Reden, du kannst die Schaufel zurückkaufen. Was sagst du zu 300 Rubinen? Kaufen, ne? Wir kommen jetzt... Ja, aber okay, wir geben nicht wieder das Dings ab. Jetzt kannst du wieder die Insel umgraben. Ja, okay. Ob das jetzt so nötig war, ich weiß nicht. Ja, okay. Dann bekommen wir hier einfach nur die Schaufel wieder. Ist ja auch gut und wichtig. Hätte ich mir sonst irgendwo wieder neu kaufen müssen. So, dann würde ich sagen, versuchen wir jetzt mal hier hinzukommen. Wie kommen wir da lang oder dahin überhaupt in die Richtung? Ja, wisst ihr was? Wir machen uns jetzt einfach einfach... Einfach, einfach, lol. Ähm, wir teleportieren uns nochmal zur Orunga-Steppe. Damit kommt man am besten. Das ist der beste Weg, glaube ich, dahin. So, hier unten sind wir dann jetzt auch angelangt. Ein paar Gegner müssen wir nochmal eben besiegen, sonst nerven die uns hier. Glaube ich ein bisschen. Wobei, wir können uns jetzt einfach mal rüberziehen. Boden, hier. Okay. sind wir jetzt am letzten Bereich endlich angelangt. Ist hier irgendwas überhaupt? Da ist, glaube ich, irgendwas oder sonst. Ist einfach nur so Schilder. Hier geht es los. Dort entlang. Ah, ich muss mich. Wenn wir einfach immer machen, hier entlang, okay. Auch gerade, überhaupt. lol. Dort entlang. Alter. Jetzt auch noch die ganze Zeit angreifen, ja nice. Angegriffen werden, lol. Hier entlang. Warte, was? Kindland. Wie machen wir das jetzt hier? Heben. Verheben. Verheben machen wir einfach. Hier entlang. Gerade da. Ach du Scheiße. Wie sollen wir das jetzt? Achso. Erstmal zurück. Erst da hinten. Hä? Und wo sollen wir dann rauskommen? Hier entlang? Ne. Zurück zum Start. Oh, ich passt. Ich passt. Warte, muss man alle? Alle? Wir müssen von Anfang an machen. Ja moin. Man darf ja also auf keinen Fall Fehler machen. Ah, hier ist das Richtige. Dort entlang? Lolala. Warte, waren wir hinten? Ne, ne, das ist doch ein anderes wieder. Entlang? Oh, warte mal. Oh, welches? Hoffentlich das. Hier entlang. Oh mein Gott, zum Glück. Ich war mir kurz unsicher, ob das das Richtige ist. Hier entlang? So, dann ist das jetzt dran. Dort entlang? Alter, was ist hier los? Hier entlang? Okay, das da hinten. Dort entlang? Ah, okay, dann kommt jetzt das dran. Alter! Wie lange denn noch? Oh mein Gott. Toll, du hast es... Ach, geil. Du hast es geschafft. Jetzt musst du nur noch die Treppe runter. Welche... Hä? Okay. Ich dachte mir schon so, hey, was laberst du mit Treppe? Aber es scheint jetzt hier was Besonderes zu sein. Okay, hier ist nicht einfach nur so... Es ist nicht random hier einfach alles. Frage ich mich halt, ob das jetzt auch direkt wieder mit der Story weitergeht. Ich wollte ja eigentlich... Oh, es sieht tatsächlich danach aus. Quark, ich bin Wart, der Musikfrosch. Aber das weißt du ja. Willst du unsere neueste Komposition hören? Es kostet dich nur lächerliche 300 Rubine. Wie sieht's aus? Ich denke mal, wir müssen das machen, ne? Ach, komm, Alter. Eigentlich könnte ich dich zwar noch nicht, aber egal. Ach so, Gottverdammt, ne? Ach so, Gottverdammt, ne? Danke, vielen Dank, wunderbares Publikum. Keine Zugaben, Quark. Sieht eigentlich eher aus wie so ein Dino, Junge. Du hast den Krötenrap gelernt. Ach so, wieder für die Ocarina, weil da passten ja auch drei Leute hin, ne? Ah, okay. Jeder, der ihn hört, wird sofort munter. Selbst leblose Gegenstände. Hä? Nein, 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 nein. Spielst du diese Melodie, wird sich manches in deiner Umgebung etwas lebendiger? Äh, was heißt das jetzt? Lebendiger. Was, äh, was ist Todes? Hey, Knochen oder was? Was ist so verdammt, ne Hölle? Wenn sich jetzt diese Knochen bewegen. Okay, gut. Also, hiermit geht's jetzt noch nicht so ganz bei der Story dann weiter. So, Leute, ich dachte mir jetzt einfach mal, ähm, da jetzt nichts anderes mehr übrig bleibt, also nicht so viel anderes mehr übrig bleibt, ähm, außer das hier, der ganze Bereich hier, ähm, das hier oben, das zeige ich euch irgendwann nochmal und das hier so, da kommen wir aber eh noch nicht drauf, glaube ich, ähm, auf dem Bereich, oder zu dem Bereich, ähm, und sonst nur noch das Ganze hier oben, also teilweise das ganz links und das ganz rechts fehlt uns dann noch das hier und das hier, dann dachte ich einfach, weil wir hier ja schon durchkommen zu dem Boss und jetzt vielleicht mit dem Enterhaken und mit anderen Sachen vielleicht die Möglichkeit haben, äh, den Boss da oder den Gegner da zu besiegen, gehen wir jetzt hier mal hin. Sonst, wie gesagt, fällt mir auch nichts Besseres mehr ein. Ja, moin. Müssen wir das jetzt irgendwie probieren hier. Ähm, als Erklärung, by the way, ähm, diese Ritter hier, die, diese Statuen hier, die können sich auch bewegen. An einigen Stellen ist es auch gut, wenn die sich bewegen. Ähm, ich war ja schon mal hier in dem Bereich, ähm, die aktivieren sich, wenn man dagegen läuft und manchmal sind da zum Beispiel dann, ähm, oder einmal war da, glaube ich, so ein Gang drunter, da kommt man dann zu einer, ähm, oder irgendwie sowas. Irgendwie einmal war ein Gang versteckt, vielleicht war das auch dasselbe wie das, wo man dann eine Zaubermuschel bekommen hat. Ich weiß es gerade nicht. Ähm, Zaubermuschel, ich glaube, die war da drüben in dem rechten Bereich. Ich kann es natürlich nicht mehr zeigen, wo die genau war. Ähm, da war aber so ein Gang, glaube ich, oder da musste halt einer dieser, äh, eine dieser Statuen musste halt wegrücken, sag ich mal. Und da drunter wurde dann ein Gang frei. Ich kann mir schon mal, schon mal relativ gut durch. Jetzt ist halt nur noch die Frage, wie wir den hier besiegen sollen, den Gegner. Also wir haben jetzt diese, äh, hier, wir haben jetzt, ähm, den Bumerang und den Enterhaken, ja, relativ, eigentlich dann neu. Pfeil und Bogen? Ich weiß nicht. Vielleicht kann man ihm den Schild wegziehen mit dem Enterhaken. Nee, aber wir können ihn wegkicken. Äh, hier müssen wir übrigens aufpassen, er kann springen. Und ihm zusammen mit auch Schaden zufügen. Ist die Frage, wie wir ihn besiegen sollen. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal, wenn wir es überhaupt überleben, Alter. Junge. Alle Attacken ausprobieren, die es sonst noch so im Spiel gibt. Wir können ihn ja zurückschlagen, das ist das ja. Aber mehr nicht. Das hast du gebracht gerade? Löl. Wir sollten... Wir haben den Schild kaputt gemacht. Wir sollten sehr viel öfter die Wirbelattacke benutzen. Weil grundsätzlich unser Schwert. Simpler denken. Wieso machen wir ihm jetzt so krass Schaden auf einmal? Wieso, was heißt krass? Oh mein Gott. Mein Gott, Alter. Wie schwierig ist das bitte? Wir müssen... Perfekt. Und jetzt... Alter! Das ist ja unmöglich gefühlt. Oh mein Gott. Ich muss das gar nicht auslösen. Ich muss nur in diese... Diese... Schlüssel. Schlüssel. Ja, Mann. Nach 100 Jahren mal wieder. Der Masken-Schlüssel. Was geht hier jetzt ab? Müssen wir das anzünden? Oh, Island Kukulind. Ist nur eine Illusion. Bewohner, Monster, Meer, Himmel sind nur ein Traum des Windfisches. Löl. Wächst zu den Träumen, denn so wird sich diese Insel in Luft auflösen. Wie eine Seifenblase zerplatzen. Was? Alles nur eine Illusion? Löl. Was sollen wir denn dann jetzt machen? Hä? Lul. Uh, du hast das Bild gesehen. Natürlich weiß man nicht genau, ob Kukulind tatsächlich nur ein Traum des Windfisches ist. Leider weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass der Traum nur ein Traum gewesen ist. Im Moment kennt die Wahrheit nur der Windfisch. Trauer oder ein Gefühl. Irgendwas. Irgendwann wirst du die Antwort wissen. Uhu. Uhu. Also ich merke, wenn ein Traum nicht echt ist. Wenn es irgendwie zu absurd oder cringe wird. Wir haben jetzt ja einen Schlüssel. Aber wo? Warte. Irgendwo habe ich das gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es in einem Video drin habe. Doch, ich habe es doch mal irgendwo. Hier. Hier ist ein Schlüssel. Hier kann man einen Schlüssel nutzen. Hier müsste man diesen Adlerschlüssel vermutlich nutzen, den wir auch schon mal irgendwo gesehen haben, hier in dem Bereich. Okay, wenn wir da hin müssen. Ja, okay, warte mal. Dann müssen wir. Oh, nee. Oh, ich weiß nicht. Sollen wir uns da lieber hin porten? Ist das nicht aufwendiger? Wenn man sich portet? Aber hier ist es halt unsicher. Da verrecken wir vermutlich. Und wie sollen wir da überhaupt hinkommen? Geht das mit einem Enterhaken? Wir teleportieren uns jetzt einfach mal nach Zodorf. Also, wir können hier ins Wasser. Aber da oben ja nicht dran. Also, das Einzige, was mir noch einfällt, ist halt diese kleine Insel hier. Aber ich meine, da wäre ich schon mal gewesen. Da gab es einfach nur so ein Herzteil oder so. Aktivieren. Ich glaube, hier ist irgendwie ja unter dem linken ist ein Gang. Können wir den mal vielleicht hier weglocken? Ach, warte mal. Wir können ihn ja auch einfach sprengen, Alter. Einfacher. Komm, laufe in unsere Richtung. Ah, ich doch. Ich dachte, er ist Reichweite reichen. Also, ne? Also, die Bombe ist zu weit weg. Okay. Ich glaube, hier waren wir doch schon, oder? Okay. Warte, müssen wir das wegschieben? Wollen wir mit dem Enthaken vielleicht rüber? Das wäre der Weg zurück, dieser Stein hier. Okay. Das schaffen wir bis da hinten hin. Perfekt. Dann kommen wir jetzt... Wir kommen tatsächlich hier raus. Nice. Dann kommen wir sogar noch in der Story heute weiter. Weil das war vermutlich alles auch Story-mäßig noch so wichtig. Also, alles spielte miteinander eine Rolle, glaube ich. Also, alles ist hier relativ wichtig, glaube ich. Die Zaubermuscheln. Ja, okay. Die sammelt man... Obwohl, ne, ne, ne. Es gibt doch noch irgendwo... Wo ist das auf der Karte nochmal? Ähm. Hier ist doch dieses Haus. Dieser Muschel-Bazaar. Da ist sogar so ein Teleport-Feld hier neben, ne? Ah, stimmt. Da können wir auch mal bald versuchen wieder für unsere gesammelten Zaubermuscheln. Ähm. Was zu bekommen. Wobei, ich glaube, dass wir noch nicht so viele wieder haben. Oder? Müssen wir einfach mal probieren. Maskentempel. Müsste dann jetzt auch der sechste Dungeon sein, ne? Ja. Oh, shit. Sollen wir ihn besiegen? Äh, die besiegen alle. Brauchen wir vielleicht... Einen Item, was wir in dem Schrein... Äh, in dem... Was glaube ich? Schrein, äh... Was wir hier kriegen. Im Dungeon. Das Vieh könnten wir auch nicht besiegen, ne? Da müssen wir... Da müssen wir... So, gegen diese Tür da rechts... Müssen wir eine Vase werfen. Also auch gut. Ah, wir müssen hier so viel machen gerade. Hier zersprengen. Vielleicht auch erstmal nur hier lang. Ach, wait. Hier drunter ist was. Es öffnet die Tür. Ob das was bringt, ist die andere Frage. Aber wir haben hier so viele Wege gerade, die wir nehmen könnten. Okay, das müssten wir hier mal öffnen erst. Hier oben ist auch noch was. Gucken wir einfach einmal hin. Hier sind ein paar Bereiche. Einen Schnabel haben wir eh noch nicht. Also... Äh, merken wir uns da... Ist da eine Eule. Steinstatue. Wobei, was wir ja vergessen haben... Hier rechts ist ja auch noch was. Das können wir eh noch eh noch nicht, lol. Aber... Nee, verpufft nur. Okay. Müssen wir das einfach nur hier drin überleben, oder? Toll. Ja, wow. Jetzt brauchen wir einen Schlüssel. Okay, Leute. Da ich jetzt gerade keine Idee habe, wie das hier weitergehen könnte, würde ich sagen, machen wir das im nächsten Part hier weiter. Dann wird der nächste Part einfach der... Ganze Dungeon hier. Hier haben wir jetzt einfach schon mal einen Dungeon gefunden. Einmal reingegangen sind wir schon mal. Ähm. Ich überlege mir mal was, wie wir hier weiterkommen könnten. Lasst doch gerne einen Leiter für diesen Part. Für dieses Video hier. Wenn es euch gefallen hat, abonniert auch gerne nochmal den Kanal. Dann natürlich, wenn ihr mehr Videos sehen wollt und dann Benachrichtigungen bekommen wollt. Dann müsst ihr aber nochmal die Glocke aktivieren. Nicht vergessen. Wichtig. Auf alle Benachrichtigungen einschalten. Wir sollten jetzt eigentlich... Ich hoffe es jedenfalls. Ähm. Jeden Tag um 14 Uhr ungefähr ein Video kommen. Das wird es Luigi's Mansion, Mario Kart Tour und... The Legend of Zelda Link's Awakening. Und bald dann auch Luigi's Mansion 3. Also, seid noch gespannt. Wie gesagt, abonnieren. Lohnt sich natürlich dann auch. Bis zum nächsten Part. Ciao Leute. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020